Hi Leute und herzlich willkommen hier auf dem VfB eSports Kanal und zwar passend zum Spieltag der ja am Mittwoch war. Passend zum Spieltag haben wir auch ein kleines Duell Hertha gegen Stuttgart am Start. Wir machen zwei Drafts. Hertha Spieler bei dir. Stuttgart Spieler bei uns zählen doppelt. Moin Servus. Moin Hertha Spieler im Draft. Moin Digga. Und ja würde ich sagen Schnick Schnack Schnuck. Mal gucken wer am Ende gewinnt. Schnick Schnack Schnuck. Der gute alte Stein. Ich fang an. Du fangst an für Hertha. Timo und ich sind natürlich für Stuttgart. Draftfunk darf ich nicht. Ja darfst du benutzen. Abfall einer rein in die Olga. Das wird ein 191er Foot Draft. Rekord. Auf Ansage bei den Informationen. Ah ja wahrscheinlich. Ich mach das ohne Flügel. Ich mach ohne Flügel. Ja weil ich Stürmer brauche. Hertha Stürmer. Es kommen aber auch immer dieselbe. Ja. Also Luis Figo ist äh. Der ist Gesetz. Immer. Ich nehme einen Deutschen mit. Für die Bundesliga links da vorne. Für den Davy Selke den ich jetzt vorne reinpacke. Aha. Aha. Achso. Hättest du mal dein äh Crespo genommen. Crespo. Ich stimme es. Wäre sogar Strongling gewinnt. Ja. Nimm mich mit. I'll take that baby boy. Baby boy. Auf Ehre Toni Kroos. Baby boy. Ja. Strongling zu Dings sogar. Zu Miro. Aha. Winnie Winnie Win. Ah ne der wäre ja zu Dings gelingt. Was machst du denn da? Der hätte ja zu Modric gelingt. Ah genau so und nicht anders Freunde. Genau so und nicht anders. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Man könnte fast meinen. Man könnte noch was. Yeah. Boy. Nimm mal mit. Der Walger. Nimm mal mit. Es ist absolut unlogisch, dass da ein härter Spieler eigentlich kommt. Aber man weiß ja nie. Man weiß nie was passiert. Ich hab's dir nur mal gesagt. Falls es so ist. Von Dirk. Von Dirk. Und links Roberts und Toady auf Ansage. Just saying. No. Normal. Knapp. El normale Variante. Wer nehm ich denn da jetzt mit. Na komm. Abfahrt rein in die Olga. Und der Zerbert. Ganz easy Allison. Aha. Close Call. Close Call. Die falsche Ali Sonne. Okay. Ich brauch noch einen Innenverteidiger. Dann bin ich da eigentlich auf Schim... Oh. Schmeck. 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 Gut. Aber bringt mir jetzt auch nichts da vorne. Aber Raiding. Na Kata muss man auf Ehre nochmal. Sorry Digga. Das geht. Der bringt Pech. Das ist der Fluch vom Chinesen. Ja. Ein härter Spieler. Ausnahmsweise mal. Ausnahmsweise mal. Moin Digga. Das ist richtig Schmutz. 100 Chemie haben wir. Sogar 89 schon. Ja. Aber zu viele Goldkarten. Das ist zu viel Schmauz. Ja. Wenn sie jetzt nicht... Wenn sie jetzt nicht... Zu viel Schmauz. ...net joken, dann wird das hier was bei dir. Ja. Wäre benettet. Sind sie ein härter Spieler bei dir. Ja. Aber es war auch noch kein Stuttgarter da. Bei uns kommen die. Ne. 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 Was soll ich denn dohr mit mihenta a ser? 89 ist noch ein Toaty. Den bräuchte ich noch fürs Raiding. Ah. David Silva ist nicht so schlecht. Pagge mal ne. Pagge mal ne. Ohne mein Tier. Jetzt könnte ich auch den... Dingsbums reinmachen. Den, ähm... Den Manet schon mal. In die Olga. Der holt sogar einen Klausler. Holt er raus. Einen Klausler. Klausler. Kommt schon in der letzten Zeit. Genau. Toaty. Auf Ehre. Hertha. Auf Ehre. Kommt schon. Jahrstein. Der könnte kommen. Es kommt nur Navas. Liegefänger. Navas. 188. Kommt. Es geht immer noch. Es geht safe noch. Auf 189. Ja. Immerhin. Immerhin. Der hat gesagt, dass der Verlierer dem anderen, äh, in der VIP-Lounge, ein paar Tickets spendieren muss. Achso. Lade ich mich mal zu Stuttgart dann ein. Wenn du gewinnst, ja. Wenn wir gewinnen, musst du uns nach Hertha einladen, oder? Ist ein Deal. Guter Deal. Okay, 189. Ja, ähm... Hertha. Das Stadion ist eh nicht immer so voll. Ein paar Plätze kriegen wir schon, oder? Aber gegen gute Gegner. Ich will ein gutes Spiel sehen. In Stuttgart. Ha! Irgendwie stehen alle Stuttgarter selbst, ey. Och Gott, hat der sich gerade einen Hass reingeholt, hä? Oh Gott. So, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir auch rein. 189er gilt es zu schlagen. Wir nehmen 3-4-3 flach. 3-4-3 flach. Abfahrt. Wir geben Knallgas. Das ist voll gut bei dir, Timo. Es geht hier um Tickets. Ah, ne. Du hattest es gar nicht. Wer nimmt man mit? Ja, ja. The Paddle. The Tide. The Paddle. The Padded. The Padded. So, gehen wir da drauf. Zidane, komm. Schmier. Oh, Ehre. Close. Harry Kane. Wir müssen eigentlich den Kayleigh mitnehmen, oder? Aber es wird halt schwierig, ne? Wir gehen mit dem Harry. Mit dem Harry? Tante Harry? Oh, fuck. Babam. Aber auch Sani halt. Mani. Sani, Mani, Kulwari. Ja, aber wir nehmen mal mit. Wir müssen ein Ding mitnehmen, oder? Hä? Warum denn? Bisschen Rating, Timo. Gehen Knallgas, komm. Wir gehen Knallgas. Wir schwenken nochmal um. Wir fahren nochmal in die andere Richtung. Heben sie nochmal, lehnen sie sich zurück. Und? Oh, ja. Abfahrt. Wollt ihr nicht eskalieren? Das ist ein Promise. Äh, äh. Läuft zu. Oh, dann kommt da ein Wolfsburg-Spieler, anstatt ein Schalke, Hertha oder Stuttgart-Spieler. Ja, komm, wir nehmen den hier mit. Ja, haben wir Hacksch. Der Gutes Netz. Gutes Knallgas. Ey. Ja, ja, Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Ey. Jetzt schon. Ey, wer weiß, was da noch kommt. Ja, was machen wir denn? Ja, müssen wir. Alles oder nix, ne? Wir reißen es rum, Digga. Wir reißen es rum. Wir holen Rekord. Wir holen Rekordverdächtig. Weiter doch. Melucci. Wer, oder? Oder wir gehen, sag mal her. Ja, ist egal. Dann müsst ihr auf Chemie gehen. Komm, wir nehmen ihn mit. Packen wir, Digga. Wir kommen über die Bank. Das misst ihr aber auch. Ja, Frankreich ist gut, oder? Scheiße. Mach den Hybrid. Schmidt. Der fährt voll gegen die Wand. Mit 180 gegen den Baum. Shit, Freunde. Bringt noch einen rein, der passt sogar. Ja, den können wir mitnehmen, ne? Wir brauchen... Eine Icon wäre schon wieder gar nicht so schlecht. Einen braucht ihr nur. Bringt noch. Der liegt sogar. Da bisch du doch. Da bisch du doch. Komm, jetzt schon. Da bisch du doch. Da bisch du doch. Was bringt der denn? Der bringt... Ja. Wir können den ja erstmal mitnehmen, auf Sicherheit. Habt ihr 100 Chemie auch, oder? Das macht sich noch. Das macht sich. Das macht sich. Den könnte man mitnehmen. Eigentlich wäre es perfekt, den Kollegen hier mitzunehmen für den Pepe. Den runter machen. Ja, zumindest nicht vom Rating her besser. Ah ja. Ja, ja. Bringt sogar Minus. Ehre. Ehre. Den könnte man halt zumindest mitnehmen für die... Nimm Reus mit. Für was? Ja, nach LM zu setzen. Aber da hockt halt Ding, ne? Sancho, RM, England. Oh, das könnte aber passen. Tausch doch mal Dingsbombs. Äh, De Bruyne mit Petit. Da musst du den Hazard nicht da hinstellen, meine ich nur. Wenn du den hier mit... Achso, wir testen mal. Genau. Wir können mal die zwei wechseln. Jetzt bringt er der Sancho da. Oh. Jetzt bringt er der Sancho nichts. Ja, aber... Hab ich gerne den Tipp gegeben. Fairly Element, oder? Mit Donnarum habt ihr doch volle Chemie, oder? Oder Icon schmeichelt. Entweder wir fahren das Projekt oder wir fahren das Projekt. Eigentlich wird das Projekt besser, auch wegen Torwart. Ja, aber dann ist der andere komplett lost. Ja, dann müsste er halt raus. Und was machen wir mit dem Projekt? Dann ist unser Torwart komplett lost. Ramos macht schon mehr Sinn, muss ich einfach mal ehrlich sagen. Und Hazard, und Hazard ist komplett lost dann. Wir müssen Rami, Rami, Ramos mitnehmen. The Ray moves. Ha, bisher habt ihr das besser auf der Bank eigentlich. Oh. Ja! Das war jetzt richtig... Da bist du doch! Da bist du doch! Da ist er! Safe call. Aber das reicht nicht. Doof, weil es kommt noch ein Bringer. Ja. Fair, Mann. Ja, okay. Soll, wir sind Knallgas gefahren. Ja, das packen wir. Ja. Ja, so packen wir das. Das packen wir easy. Ey, aber ganz ehrlich, ihr habt viel Risiko gegangen. Und es hat euch am Ende immerhin auf so viel gebracht, wie ich gemacht habe. Ja! Was hat ihr das echt gemacht? Da bist du doch! Sieht sie aus! Sieht sie aus! Die Pipi-Pi-Zau! Könnt ihr euch rein, wenn ihr das wollt. Er sagt noch, es hat euch genauso viel gebracht. Scheiße! Risiko wird immer belohnt im Leben. Ey, GG, Alter. Das war auf dem letzten verdammten Drucker. Das hat sich belohnt. Der Baresi hat euch das wirklich alles gesaved gerade. Ja, Freunde. Dann würde ich sagen, sind wir hier raus. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Lasst hier gerne ein Abo da auf dem VfB-E-Sports-Kanal. Und schickt auch Insta von VfB-E-Sports auf Twitter. Ganz, ganz wichtig. Und was wichtig ist, überprüft, dass der Kollege uns hier auch die Tickets gibt, ne? Ich kümmere mich drum. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!